Also die Familienkonzerte sind, wie der Name schon sagt, für die ganze Familie. Ab fünf Jahren, sagen wir so normalerweise. Und es gibt eben immer eine spannende Geschichte. Es gibt tolle Musik. Ich erkläre auch das ein oder andere, liefere ein bisschen Hintergründe. Natürlich gibt es die Hummel Mats, die auch bei den kleinen Zuschauern besonders gut ankommt. Und es gibt auch immer wieder Mitmachmöglichkeiten. Das heißt, das sind jetzt keine Konzerte, wo man die ganze Zeit nur still sitzen muss, sondern man kann auch mal aufstehen, auch mal sich bewegen. Und wir versuchen so auch ungeübten und jungen Zuhörern einen Zugang zur klassischen Musik zu bringen. Bis zum nächsten Mal.